Untertitel im Auftrag des ZDF §r Die Flügel ist in der Nähe von der Flügel. Das ist schon ein Schuss, das sieht aus. Das war wirklich geil! Das war wirklich geil. Das war geil, dein Zimmer. Das war wirklich geil. Das war wirklich geil. Das war ein Roboter-Stück. Das ist der Roboter-Stück. Ah, jetzt kann man noch vorne gehen. Oh ja, sie hat sich jetzt in der Sonne gekriegt. Funktioniert ist das? Ich wollte nur nicht. Ja, nur nicht. Ja, Mann. Oh, das fehlt's bei mir, ne? Das war schon mal die Kanzler. Ich kann die nach unten gucken, das ist Kacke. Das ist Schuss! Ehhhhh Gut, nicht an den Seiten sehen. Fabi, ich bin nass. Oder du? Ich bin hier hoflos geworden. Komplett einfach so. Ja. Wenn das jetzt explodiert hier, ne? Dann gibt's Hass. Ja, schon. Ja, die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Die Anstiegszeit ist jetzt zu wenig, ja, ja. Die Anstiegszeit ist jetzt zu wenig, ja, ja. Ja, ja. Das ist überhaupt besser da unten, ist der Wegmeister nicht. Ja, das ist einfach nicht so groß. Vielen Dank.